Motorama 2022. Das Wetter war bescheiden, es regnete durchgehend. Schon am Nachmittag kamen bei freiem Eintritt einige Schaulustige und ließen sich die sehr gut erhaltenen Autos und Motorräder nicht entgehen. Autos und Motorräder nicht entgehen. Autos und Motorräder nicht entgehen. Einmal beim Motorräder hat uns das Wetter ein bisschen im Stich gelassen, aber es ist trotzdem schön. Das Bier ist gut. Ja, das ist Hauptsache. Eine super Voraussetzung, ein Traumwetter. Alles palettisch. Kann ich das ja wieder machen. Der Sieger steht fest. Nur dem Rennen. Zahlreiche Preise stehen Zur Abholung bereit. Zusätzlich zum strömenden Regenwasser kam auch noch das Hopfenwasser zum Zug. Natürlich ließen es sich einige Teilnehmer nicht nehmen, ihr Gerät lautstark zu präsentieren. Das war's. 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 Motorräder nicht. Frisch zubereitete Pommes und Burger. Es schüttete wie aus Fässern. Darum braucht es einen Nachschub. Das war Motorräder 2022. Zumindest der Nachmittag. Wackenlos, Spitzende von K瑩光. icus Commenhältnisse primaten, mitvingtsaz�י. der Nachmittag wurde mit Gömmens Pod. Spitzende von Karществ. Spitzende vonti Trinkgjung comprar. Sinneren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017